Musik Hallo und willkommen zum Boss Preview für die kommende Watenstunz Thron des Donners von Benio.de In diesem Video bzw. in allen folgenden Videos werde ich einen der neuen Bosse genauer untersuchen und erklären. Dadurch, dass auf dem WTR schon einige Dungeon Compendium Einträge vorhanden sind, möchten wir euch versuchen ein genaues Bild davon zu geben, was euch bald erwarten wird. Wir haben zwar schon ein kleineres Preview auf unserer Seite gemacht, aber durch die neuen Infos lässt sich noch schon viel mehr sagen. Beachtet aber bitte, dass es sich hierbei nicht um Bossguides handelt, sondern nur um eine Vorstellung und das alles auf Testdaten basiert. Somit können noch kleine und große Änderungen kommen. Zudem sind alle Informationen natürlich bisher nur auf Englisch verfügbar, dementsprechend werde ich auch englische Fähigkeiten Namen benutzen. Bevor ich nun anfange, wollte ich noch sagen, dass sich beim Thron des Donners auf jeden Fall um eine sehr aufwendig gestaltete Schlachtzursinstanz handelt, zumindest was die Boss-Taktiken angeht. Bei einigen Encounter wird man auf jeden Fall richtig viel zu tun haben. Heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Boss der Instanz, nämlich Jinrok der Brecher. Einige von euch werden ihn wahrscheinlich noch kennen, denn er befand sich früher zu Zeiten von Sogurub Classic auf dieser kleinen Insel Yoyamba im Schlingdontal. Dort konnte man einige T-Teile abholen. Diese wurde mit Kataklysm aber leider sozusagen ausgelöscht. Und dementsprechend ist der Troll jetzt auch nicht mehr da. Aber dafür ist er jetzt im Thron des Donners und er hat auch ein neues Modell, was ich persönlich äußerst cool finde. Wie auch immer er zu so einer Mutation eines Trolls geworden ist, wir werden da bestimmt noch einige Infos zu bekommen, wie das passiert ist. Naja, der Bosskampf ist auf jeden Fall äußerst interessant, denn dort spielen die beiden Elemente Wasser und Luft sozusagen eine große Rolle. Denn der Boss, der spawnt manchmal so lustige Pfützen und er benutzt alle möglichen Blitzattacken und so, die dann mit dem Wasser natürlich leiten und dementsprechend mehr Schaden verursachen. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf sehr viel Movement einstellen. Und ja, ich denke, wir legen dann mal direkt los mit den verschiedenen Fähigkeiten. Die wichtigste Mechanik in dem Kampf ist das leitfähige Wasser oder auch Flüssigkeit genannt derzeit. Da ist der Tooltipp von, dass wenn Spieler in leitfähigem Wasser stehen, verursachen sie 30% mehr Schaden. Sie bekommen 40% mehr Heilung. Aber das Blöde ist, dass sie, wenn sie da drin stehen, 40% mehr Naturschaden bekommen. Und da der gute Jinnrock fast nur Naturschaden verursacht, wird man sehr oft rein und raus laufen müssen, damit man wahrscheinlich nicht an den N-Wage-Timer kommt. So, dementsprechend gibt es dann von dieser Fähigkeit noch zwei Ableitungen. Nämlich zum einen die Leitfähigkeit. Dort steht im Tooltipp, dass, wie schon gesagt, viele Attacken Naturschaden verursachen und diese dann in diesem leitfähigen Wasser auf alle Spieler gewirkt werden und nicht nur auf den, den es eigentlich betrifft. Und dann gibt es noch den Effekt elektrisiertes Wasser. Dadurch wird die Pfütze sozusagen elektrisiert. Die Boni, die man davon kriegt, gehen weg, also die von dem Buff Flüssigkeit. Und man bekommt jede Sekunde 35.000 Naturschaden. Dementsprechend sollte man dann schon mal gar nicht mehr in der Pfütze stehen. Dieser Effekt tritt bei einer einzigen Attacke auf, die der gute Boss macht. Soviel also zu der Grundmechanik vom Kampf. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Fähigkeiten. Zuerst einmal hat er da den Static Burst. Dadurch verursacht er sofort 100.000 Naturschaden an alle Spieler. Und das Ziel, auf der die Attacke sozusagen gewirkt wird, der bekommt auch noch Static Wound. Das ist im besten Falle ein Tank. Denn dieser bekommt eine Aufladung, wie gesagt, statische Wunden und bekommt 12.000 physischen Schaden pro Sekunde. Dieser Effekt ist natürlich stackbar. Und wenn der Tank aus dem leitfähigen Wasser rausgeht, dann wird dieser Stack langsam abgebaut. Wie schnell? Das steht hier nicht. So, das Problem ist dann auch noch, dass die Leitfähigkeit hier auftritt. Nämlich, jeder, der in dem leitfähigen Wasser drinsteht, der bekommt auch noch einen Teil von diesem statische Wunde-Debuff mit ab. Wie viel das ist, steht hier ebenfalls nicht. Ich denke mal so ungefähr die Hälfte. Dementsprechend muss man da auch wieder aufpassen, dass man nicht zu lange im Wasser steht und zu viel Schaden bekommt. So, das war sozusagen die erste Reihenfolge an Fähigkeiten. Die nächste ist Focus Lightning. Das sind recht viele Fähigkeiten in einem. Also, zum einen durch diese Fähigkeit wird ein zufälliger Spieler anvisiert und zu ihm wird langsam eine elektrisierte Kugel laufen. Diese kann anscheinend nicht getötet werden. Und wenn diese elektrisierte Kugel den Spieler erreicht, dann bekommt er 150.000 Naturschaden und alle Spieler, die in 5 Meter Reichweite sind, bekommen diesen ebenfalls. Und dieser Orb, der geht halt sozusagen langsam zu dem Spieler hin und er verursacht auf dem Weg auch in 3 Meter Reichweite 50.000 Naturschaden jede Sekunde an jedem Spieler. So, jetzt tritt wieder die Leitfähigkeit auf. Denn wenn der Orb explodiert und das in dem leitfähigen Wasser passiert, dann bekommen alle Spieler, die in dem Wasser stehen, ebenfalls Schaden. So, dies will man natürlich verhindern. Aber wenn man es schafft, diesen Orb außerhalb einer Pfütze explodieren zu lassen, dann entsteht ein elektrischer Spalt. Dieser verursacht pro Sekunde 50.000 Naturschaden an alle Spieler, die in 3 Meter Reichweite stehen. Das ist natürlich erstmal gut kontrollierbar, aber jetzt geht's auch noch weiter. Denn diese Fähigkeit profitiert auch wieder von der Leitfähigkeit. Denn es kann ja sein, dass so eine Pfütze irgendwann mal auf diesem Spalt drauf entsteht, denn anscheinend bleiben diese Spalten. Und wenn dann eine neue Pfütze darauf entsteht, dann werden direkt alle Leute, die in diese Pfütze hineingehen, von diesem Schaden von dem Spalt wieder in gewisser Weise getroffen. So, und die letzte Fähigkeit, die durch diese ganzen Kettenanfähigkeiten entsteht, ist Implosion. Denn wenn ein elektrischer Spalt mit einem anderen elektrischen Spalt sozusagen kollidiert, dann verursacht dies 200.000 Naturschaden an alle Spieler. Da dann beide Spalten exportieren, wird natürlich 400.000 Naturschaden an alle Spieler verursacht. Inwieweit das passieren kann, ich weiß nicht, ob die wachsen können oder so, das steht hier nicht. Anscheinend muss man einfach nur aufpassen, dass man nicht einen Spalt in den anderen legt. Das sollte wohl irgendwie möglich sein. So, jetzt kommen wir zu der Ursache, wie so eine Pfütze entstehen kann. Der Jinrok macht den Donnerwurf. Der geht vor allem auf Tanks. Er nimmt sich sozusagen sein aktuelles Target, schmeißt es gegen, wie hier steht, eine Mogu-Statue. Diese Mogu-Statue bricht, verursacht dann erstmal 250.000 physischen Schaden und 200.000 Naturschaden an alle Ziele, die in 14 Meter Reichweite um diese Statue stehen und würden dann auch noch für 9 Sekunden gestunt werden. So, und diese Statue, die lässt dann sozusagen dieses Wasser entstehen, was dann erstmal noch normales, leitfähiges Wasser ist. Wieso ich das jetzt sage? Nun, jetzt kommen wir zu der allerletzten Fähigkeit von dem Boss. Ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, dass es sein kann, dass irgendwann so eine Pfütze elektrisiert wird, beziehungsweise, ja, elektrisiertes Wasser ist das dann, was dann eben halt diese 35 Naturschaden jede Sekunde verursacht und diese passiven Boni, die man bekommen würde, weggehen. Das wird durch den Lightning Storm ausgelöst. Diesen macht Jinrok irgendwann mal. Und dadurch verursacht er erstmal 15 Sekunden lang jede Sekunde 55.000 Naturschaden. Das ist äußerst viel, wie ich finde, muss ich sagen. Da muss man auf jeden Fall ein paar Heils-CDs übrig haben. Und durch diesen Lightning Storm werden halt alle leitfähigen Wasser sofort zu elektrisiertem Wasser und da kann man sich dann erstmal nicht mehr reinstellen. Und man muss warten, bis der nächste Donnerwurf stattgefunden hat, damit man wieder in so ein Wasser rein kann, um mehr Damage, beziehungsweise Heilung zu verursachen. Ja, und damit haben wir dann auch alle Fähigkeiten durch. Ihr seht, ein recht interessanter Kampf. Das erinnert mich so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an Ignis aus Ulduar. Dort hat man ja auch sozusagen die Flammenangriffe durch Wasser negiert. Und ja, dieser Kampf ist ganz lustig, weil eben halt dieses ganze Elektrozeug mit dem Wasser zusammenleitet. Und da haben sich die Entwickler auf jeden Fall ein paar Gedanken drum gemacht. Ja, um es zusammenfassend zu sagen, der Boss macht ein paar Pfützen, wo man sich reinstellen sollte, der dadurch mehr Schaden und Heilung rüberkommt. Die Pfützen können aber auch Schaden verursachen, wenn eben halt Leute da drinstehen, auf denen Fähigkeiten gewirkt werden. Dementsprechend muss man oft raus und rein. Auch so ein kleiner Vergleich zu Garalon. Dort muss man ja sozusagen auch immer in bestimmten Kreidens stehen, damit man mehr Schaden verursacht. Und dementsprechend haben Nahkämpfer, wenn, ja, das ist jetzt auch noch die Frage, ob der Boss auch in den Pfützen stehen soll oder darf, damit die Nahkämpfer auch von diesem Buff profitieren. Man wird es nachher auf dem Live-Server sehen. Auf jeden Fall ein interessanter Kampf, wie immer. Bisher hatten wir jetzt schon, der wievielte Boss-Proviewe ist das? Ich glaube der fünfte, ja. Denn wir hatten jetzt schon Horidon, Ironquan, den Ältestenrat und Primordius. Die findet ihr alle in der News auf veni.eu verlinkt. Und wir hören uns dann beim nächsten Boss-Proviewe. Auf Wiedersehen! Und... Vielen Dank.